Ein unglaublich schreckliches Tierschutzdesaster in dieser Woche in Ungarn. Eine 68-jährige Frau aus dem Süden Ungarns hat ihren Hund an einem Seil hinter ihrem Auto hergezogen. Der Hund kam dadurch qualvoll zu Tode. Als Passanten die Frau stoppten und zur Rede stellen, zeigt sie keinerlei Einsicht und Reue und versteht die Aufregung nicht. Der Hund habe es verdient. Tierschutzorganisationen aus dem ganzen Land gehen auf die Barrikaden und fordern harte Bestrafung für die Frau. Die sozialen Medien sind überfüllt von Petitionen und Forderungen sowie Shitstorms gegen die Hundemörderin. Bleibt zu hoffen, dass die uneinsichtige Frau hart bestraft wird.